Musst du doch wissen. Nein. Also ob ich das wissen muss. Ich sehe halt immer noch Cyborgs einen weggebackten Wagen von oben nach unten fliegen. Ich auch. Das sieht so episch aus. Das sieht alles so ordentlich aus bei euch im Haus. Ne, wir sind ja auch Männer. Ach ja. Hat jemand was zu essen für mich? Ja, dabei. Also sprich, ich kann... Na doch, du kannst mein Haus, da habe ich mehr als genug. Aber wir haben draußen an dem kleinen See ein Lager. Da hängen auch noch Haufen Frissalien rum. Das ist für ein kleiner See. Äh, bei Melvin seinem Haus. Woher soll ich jetzt wissen, wo Melvin sein Haus ist? Neben meinem. Oh, trinken. Ja, Schokoriegel und Taschenlampe. Und Herzen und ein Koffer und... Warte mal. Oh ne, da geht's nur noch runter. Okay, ich geh runter. Ähm... Ähm... Da hat jemand Besuch. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Richtige schöne Grüße von mir aus. Ja, gern, klar. Okay. Melvin, bist du das Zeit? Noch eine Pause? Warte. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich schon mal nicht hingehe. Das ist ein feiger Hund, ey. Bastian, ich bin doch einfach nur gerade... Och, die gehen auch nicht weg. Muss ich sie wohl abschießen. Oh, wow. Ich möchte doch gerade einfach nur ein bisschen Holz fangen. Oh, bei uns in der Höhle gibt es das Tauchergerät. Hey, der hat einen Tennis-Schläger gehabt. Oh, geil. Ach, jetzt muss ich ernsthaft... Und bleib mal stimmen, lass dich töten. Lass dich einfach töten. Macht's für uns alle ein Eifel. Oh, oh, ich glaub ich wird... Oh Gott. Ich brauch ein Feuer. Oder? Ja, tatsächlich. So. Wo ist der Zweite? Ich hab auf jeden Fall schon mal das Tauchergerät gefunden. Also Cassie, wenn du das Tauchergerät willst, bei uns in der Base haben wir eine Höhle eingebaut und in die kannst du gehen, dort sind bis jetzt alle tot. Okay. Das spawnt so schnell nichts Neues mehr. Oh. Das, 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 das. Was schreit denn hier um? Der Tyron. Willst du den doch essen? Mmh, lecker, Beine. So richtig schön mit Käseansatz. Ey, die haben voll lange Fußnägel. Lecker. Oh, die werden knusprig. Ja, ich lass euch mal allein da. Könnt ihr eure Fußnägel essen. Ja, das gesagt. Ach, hier gab's, hier unten gab's diese komische Axt. Hier, wie, nicht die moderne Axt, äh, die rostige Axt gibt's hier unten in der Höhle bei uns. Cassie, wer war das? Ich, ich hab noch nicht mal sowas. Gut. Ich versuch gerade mein Haus zu finden. Ich dachte sogar ist Cassie. Brennen, Brennen. Ja gut. Brennen. Oh, schade. Oh, weint. Ihr habt Spaß, so wie ich das höre. Ja, ja. Läuft. Äh, gab's hier unten noch was? Nein. Wo ist eigentlich Talbox hin? Ja. Der hat sich abgeschlichen. Der versteckt sich, der Feigling. Ich, ich seh's. Wahrscheinlich. Der sneakt irgendwo. Wait. Hä? Der ist bestimmt in deiner Base und will dich ausnehmen. Verbrennen. Verbrennen. Nein. Warte, ich verliere hier gerade den Überblick. Was ist da? Wessen Haus ist wie das? Wessen Haus ist das mit dem Dach? Achso. Meins ist bei deinem Haus, das wisst du, ja. Ja. Ja, okay, ich hab's. Ich hab's. Ja, ne? Melvin. Melvin, wenn er dich ärgert, tötet ihn. Nicht das Tor in der Nacht aufmachen. Warum nicht? Töten ist immer eine gute Option. Und die einzige. Achso, ne, brauch ich ja gleich nochmal. Äh, Cassie, warum nicht aufmachen? Weil, warum? Davon haben wir mehr als genug. Der Frohlist. Ach, Melvin. Ich hab... Ach, Melvin. Ich hab doch jetzt das... ...schöne Tauchgerät. Wollen wir uns nicht mal die Bonusrezepte zulegen gehen? Hm, das wär' ne super Idee. Und zwar ohne Tyrogs. Und dann sein Haus mit Särgen zubauen. Das wär' ne super tolle Idee. So, sowas brauch ich nicht. Okay. Ich brauch erstmal den Kassettenspiele, weil... ...wass er geplumpst ist. Äh, dann müssen wir den neu holen. Ich brauch den ja auch wieder neu. Hm, ich geh grad zur Yacht. Ja, äh, toll. Weil du anstatt, um auf mich wartest. Nö, geh da allein. Und dann stirbt ein Zeig wieder. Und dann kommt keiner. Vergiss nicht, wer dir hochgeholfen hat. Trotzdem könntest du auf mich warten, ne? Okay, ich warte auf dich. Nö, jetzt ist zu spät. War... Jetzt wird er beleidigt. Mach doch auf. Du bist ja noch... Bist du noch in der Höhle? Nö, ich bin grad raus. Warte, mach das doch auf. Ja, dann. Ich muss aber sowieso erstmal schnell heme, äh, mein Inventar lernen, dir dein Zeug wiedergeben. Was ich mir geliehen hab von dir. Die mobs nicht gleich was. Äh, schnell mal was essen hier. Äh, in der Regel was trinken. Fuller Oster. Das ist das All-You-Can-Take-Menü. Wie sieht dein Haus denn inzwischen aus? Wessen? Äh, Tyrox. Scheiße. Ja, immer noch so wie vorher. Ja, guck mal. Bis auf, dass er jetzt einen Tisch drin hat. Ja, ein Stock. Hab Spaß damit. Okay. Ich muss nach... Ich muss dann auch mal nach meinem Hasen-Fanggerät gucken. Falle. Fanggerät. Hasen-Fanggerät. Falle. Oh, falsches Haus. Es bleibt die Falle. Ja. Nein, Fanggerät. Falle. Ach nee, das kann ich ja für mein Style benutzen. Ich hab kein Bock mehr, Ried. Und das Dreh geht noch viel schneller, wenn es... Oh, ich muss mich ganz kurz aufwärmen. So, jetzt mal kurz zu 1 Melvin gehen. Ach, äh, Melvin, du hast doch bestimmt noch ein paar Stöcke hier, oder? Kann man wisst, mich verarschen? Dann halt nicht. So. Ähm, wollen wir warten, bis es Tag ist, oder? Tyrox, ich hatte 9 Stöcke. Ich hätte welche abgeben können. Nee, klar. Ich... Ich... Ich habe nur wieder welche. Selber die. Ja, ja. Deswegen hab ich... Ah. Ach, wobei, die Yacht... Die Yacht ist doch gleich hier um die Ecke. Ja. Na dann. Okay. Auflassen. 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 Schon alleine da mit Tyrox was zu tun hat, wenn sie ankommen. Wir sind weiter ja. Ach, da muss Schmö die ganzen Fotos wieder besorgen. Also, jetzt mal... Cassie. Jetzt mal... Mal ehrlich. Okay, Melvin, Cassie zieht bei Tyrox ein. Nein. Nein. Ich will nicht. Guck mich. Nein. So wie Cassie kichert. Doch, die zieht bei dem ein. Nein, ich will nicht. Lass mich raus. Lass mich raus. Nein. 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 Lass mich raus. Danke. Alter. Badesü vac. Ich schätze alles. Ja, ganz kurz abspeichern hier. So, hier habe ich auch alles, ja. Ja. Ich muss unbedingt noch die Map holen. Und dort in die Höhle rein. Gab es in der Höhle nicht eigentlich auch die... Axt, ich glaube. Ja, doch, in der gab es sie. Oh. Wenn ich dich jetzt... Oh, meine lag auf dem Rücken, wie putzig. Oh, scheiße. Oh, schau, oh. Komm, dreh dich, dreh dich. Ja. Gucke mal. Die hat ja einen Kleen. Oh, wie putzig. Ich würde dir helfen kommen, aber ich habe Angst, dass ich selbst sterbe. Oh, man sieht voll das... Oh, was ist denn da noch von der? Hallo, Leute, hallo. Guck dir das mal in den. Das ist halt das Arschloch. Die machen das nicht. Glaub mir, die machen das nicht. Komm, dreh dich. Oh, Arschloch. Wo ist denn das jetzt? Hallo. Oh. Jetzt, jetzt. So. Nö, meine. Nein. Alkohol. Da, meine. Da springt was rum. Hallo. Hilfe. Hä? Hilfe, keine Ausdauer. Hilfe. Oh, wow. Welcher Punkt ist besser, Alks oder Kessis? Alks. Definitiv. So, lass in. Ich habe Bauchschmerzen. Hilfe. mein bauch der tut schon weh